7 Kilo in 3 Tagen Über Weihnachten nach Hause Von Christian Pokerbeets Hube Es liest Oliver Ruhrbeck Erstes Kapitel Die besinnliche Zeit 73% aller Morde jährlich werden in den Tagen vor Weihnachten begangen. Das stimmt natürlich nicht, wäre aber ohne weiteres denkbar. Eine solche Behauptung würde in einem halblangweiligen Party-Small-Talk in einer mit Pfandflaschen zugestellten WG-Küche bei den meisten Gesprächspartnern höchstens kurz zu erhobenen Augenbrauen und dann direkt zur Bekräftigung führen, das auch schon mal irgendwo gelesen zu haben. Alle haben alles schon mal irgendwo gelesen. Aber vielleicht ist diese von mir aufgestellte These ja sogar korrekt? Ist mir letztendlich auch egal. Solange während der Unterhaltung keiner zweifelt, ist jeder ausgetauschte Satz die erwiesene Wahrheit. Ich habe mir das Statistiken-Erfinden irgendwie angewöhnt. Ich mache das gerne. Häufig einfach nur für mich. Das hilft mir in gewissen Lebenslagen die Ruhe zu bewahren. Fakten, Zahlen und Berechnungen bringen mich in Stresssituationen runter. Turbulenzen im Flugzeug? Beim Crash einer Boeing zu sterben, ist sechs Millionen Mal unwahrscheinlicher, als als Lottogewinner von einem Blitz getroffen zu werden. Ein bisschen Gras aus dem Amsterdam-Urlaub im Handgepäck? Die Chancen, ohne Taschenkontrolle am argwöhnisch blickenden Zollbeamten vorbeihuschen zu können, stehen für Nicht-Dreadlocks-Träger 70.000 Mal besser, als rückwärts von der Mittellinie in einen Basketballkorb zu treffen, wenn gerade tatsächlich jemand zuguckt. Tötungsfantasien im überhitzten, mit Weihnachtshoppern überlaufenen Kaufhaus und der daraus resultierende Gedanke, ob man eventuell socially awkward sein könnte? Wenn 73 Prozent aller Morde jährlich in den Tagen vor Weihnachten begangen werden, haben offensichtlich neben mir noch sehr viele andere Menschen Gewaltvorstellungen, während sie die Geschenke für ihre Liebsten einpacken lassen. Ich bin also nicht allein. Kein Sonderling, der einfach nur mit blinder Wut kompensiert, dass ihm in der Kassenschlange des Konsumpalastes eine laut in ihr Smartphone blökende, schickige Mutter ihren eierschalenfarbenen Porsche-Kinderwagen in die Kniekehlen rammt. Im Dreivierteltakt. Gegen den Rhythmus von Jingle-Belts, das mit festlichen Viervierteltakt-Glöckchen Blechern über die Kaufhausanlage leiert. Noch eine halbe Strophe und sie hat mein Kreuzband durch. Und dann habe ich zu Darius gesagt, Schatz, sage ich, du kannst das schon so machen, aber dann ist das halt scheiße. Tja, gut, ne? Ihre Lache klingt nach Prosecco-Brunch und Düsseldorfer High Society. Und was soll ich sagen, natürlich haben wir den Buggy dann mit Echtpelz gekauft. Ganz ehrlich, Mama. Klar ist das blöd mit den Tieren, aber die werden doch extra dafür gezüchtet. Die kennen das ja gar nicht anders. Eben. Genau. Früher hat das auch niemanden interessiert. Und Raphael schläft wirklich wie ein Baby. Ja, das liegt entweder am Innenfutter des neuen Kinderwagens oder kurioserweise daran, dass der kleine Raphael ein verdammtes Baby ist. Fluchtschlaf ist bei Kindern ein angeborener Instinkt. Ein Schutzmechanismus der Neugeborenen hilft, traumatische Erlebnisse zu ertragen und zu verarbeiten. Elf Prozent aller Babys kapseln sich im Laufe ihrer ersten Lebensjahre mindestens einmal für Stunden oder sogar Tage von negativen äußeren Einflüssen ab. Und vermutlich pennt Raphael seit 13 Monaten durch. Wart mal bitte kurz. Do you have a problem? Or why do you look so? Vielleicht habe ich ein bisschen zu lange und ein bisschen zu irritiert gestarrt. Hello. Prosecco Peggy spricht jetzt sehr laut in meinen 40 Zentimeter von ihr entferntes Gesicht. Ihre Finger umklammern das tellergroße Smartphone wie eine Waffe. Und ich habe Angst, dass sie in der nächsten Sekunde ein Pfefferspray aus ihrer strassbesetzten Klatsch zieht. 10 zu 1, dass das Pfefferspray ebenfalls mit Strass verziert ist. Möchten Sie vielleicht vor? Frage ich betont freundlich und deute mit schwingendem Arm einen leichten Knicks an. Die Klimaanlagen, Luft und der Lärm sind sicher nicht gut für das Kind, schiebe ich milde, lächelnd hinterher, während sich in meinem Hirn die Vorstellung manifestiert, dass der kleine Raphael vermutlich besser dran wäre, wenn jemand schnatter Susi den Kugelschreiber, der an einer verkrumpen Kette an der Kassentheke hängt, bis zur Schädeldecke in den linken Augapfel zimmern würde. Aber Höflichkeit ist oft, gerade langfristig gedacht, eine gute Alternative zu Totschlag. Und ein gewalttätiger Mensch bin ich ohnehin nicht. Ganz im Gegenteil. Allerdings würde ich unter den gegebenen Voraussetzungen schätzungsweise mildernde Umstände bekommen. Klar, rücken Sie mal kurz. Ohne mich auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen, drückt Gucci Gabi sich und Nachwuchs Raphael an mir vorbei, schubst eine ältere Dame, die ihrem Enkel gerade die Schnürsenkel bindet, im Stile eines Rugby-Spielers zur Seite und gackert weiter in ihr Mobilfunkgerät. Ach, hier ist nur so ein komischer Typ, der mich die ganze Zeit angeglotzt hat. Nein, Deutscher. Keine Ahnung, was der hier will. Es ist kurz vor Weihnachten und ich stehe, die Arme voller Zeug, die Klamotten voller Schweiß und das Gehirn voller Reizüberflutung, in einem aus allen Nähten platzenden, dampfenden Kaufhaus in der Kassenschlange. Was werde ich wohl hier wollen, hm? Hm? Richtig, den Gnadenschuss. Für mich beginnt die besinnliche Zeit des Jahres, die Zeit der Andacht und des Innehaltens, die Zeit der Achtsamkeit und Nächstenliebe, genau dann, wenn meine Mutter mir in der Familien-WhatsApp-Gruppe schreibt, dass ich ihr doch bitte die Amazon-Links zu meinen Geschenkewünschen schicken soll. Das ist Tradition. Ebenso wie ihre wenige Tage später folgende Nachricht, dass das mit dem Internet irgendwie nicht geklappt hat und alle aus der Familiengruppe ihre Geschenke doch bitte einfach selber kaufen und mitbringen sollen, damit sie sie einpacken kann. Eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Familie ist etwas Wunderbares. Ständig ist irgendein anderes Familienmitglied samt Anhang oder Freundeskreis in einem exklusiven Restaurant, auf Wochenendkurztrip oder direkt im wohlverdienten Jahresurlaub. Das dritte Mal in den letzten zwei Monaten. Der Chat sieht aus wie ein Neckermann-Katalog und die automatische Wortvervollständigung meines Handys schlägt mir »Erholt euch gut« vor, noch bevor die Bilder geladen sind oder ich irgendetwas eingetippt habe. Noch toller als Essens, Flugzeugflügel und Pina Colada am einsamen Sandstrand Fotos sind eigentlich nur die witzigen Sprüche, Bilder und Videoclips, die meine Tante immer erst mindestens 14 Tage später als die restliche Welt im Internet entdeckt. Kennt ihr schon diese schlecht gelaunte Katze, die die Mundwinkel so nach unten zieht, weil sie alles Kacke findet, versteht ihr? Ich könnte mich beömmeln! Neben meiner Tante Anne und ihrem Mann Wolfgang, meiner Cousine Carla, meinen Eltern und mir ist noch mein älterer Bruder Niklas Teil der Kollinger Familiengruppe und seit Anfang der Woche seine neue Freundin Fiene. Fiene und Niklas sind seit knapp einem halben Jahr ein Paar. Den Antrag auf Fienes Aufnahme in die Kollinger Gruppe hatte Niklas aber erst vor ein paar Tagen gestellt und damit erstmals das öffentliche Bekenntnis zur neuen Partnerin gegeben. Fiene war nämlich schon mal Mitglied unserer WhatsApp-Gruppe gewesen, ziemlich genau bis vor einem Jahr, bis sie sich nach einem heftigen Streit von mir getrennt hatte. Ein ungeduldiges Räuspern reißt mich aus meinen Gedanken. Ich bin dran. Kartenzahlung. Ich konzentriere mich, versuche mein räumliches Denken auf die Abbildung von Magnetstreifen und Mikrochip auf dem Kartenlesegerät zu fokussieren und stecke die Plastikkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz. Äh, falschrum. Nach dem dritten Versuch hat der Verkäufer erbarmen und übernimmt kopfschüttelnd das Prozedere. Zur Erleichterung aller hinter mir wartenden und bereits unmutig murrenden Kunden schaffe ich es auf Anhieb, mich an meine Geheimzahl zu erinnern und diese auch noch korrekt einzutippen. Alle erworbenen Gaben werden in eine große, mit Girlanden und Zuckerstangen bedruckte Papiertüte gepackt. »Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!« Den Kassenzettel zum eventuellen Umtausch nicht vergessen, falls mir meine für mich von mir ausgesuchten Geschenke doch nicht gefallen oder ich irgendetwas davon schon habe. Noch kurz Brustschwimmen gegen den in Wellen durch die Gänge schwappenden Menschenbrei, dann stehe ich draußen in der Kölner Altstadt. Luft. Ein paar Grad zu warm für die Jahreszeit. Wesentlich wärmer als mein letzter Winter in Berlin. »Das liegt am Rhein!« hatte mir eine Brauhauskellnerin, zwölf Kölsch auf einem Tablett und mindestens ebenso viele Intus neulich erklärt. »Maritimes Klima!« Duftschwaden von gebrannten Mandeln über süßtem Glühwein und Bratwurstfett wabern vom Wintermarkt am Heumarkt herüber. Beinahe über die komplette Fläche des Platzes hat die Stadt eine künstliche Eislaufbahn anlegen lassen. Eisstockschützen prosten sich im pulsierenden Licht des imposanten Riesenrades, dessen Gondeln mit Schriftzügen der verschiedenen Werbepartner und Sponsoren beklebt sind, mit Flachmännern voller Stroh rumzu. Eine Gruppe Jugendlicher bewirft Touristen am Schlittschuhverleih mit Pommes. Von Zuckerschüben aufgeputschte Kinder zerren ihre Eltern von Bude zu Bude und betteln um Geld für Lose, kandierte Äpfel oder Karussellfahrten. In der Nikolausschlange drohen sich zwei wütende Väter Prügel an, weil der eine sich mit seinem Sohn vorgedrängelt haben soll, der andere sich aber angeblich nicht korrekt angestellt und somit das Recht seiner Tochter auf ein Foto auf dem Schoß des Obdachlosen, den die Veranstalter für 3,50 Euro die Stunde in ein rotes Kostüm gesteckt haben, verwirkt hat. Aus allen Ecken schallen Fetzen traditioneller Weihnachtslieder, Rummel-Techno und Chart-Hits und vermischen sich zu einer gespräche- schluckenden, wummernden Grütze. Kurz vor halb sechs. Vier neue Smartphone-Meldungen. Meine Early-Adopter-Tante hat das Video aufgespürt, in dem eine Entenmutter ihre vom Wind umgewehten Küken wieder einsammelt. Unendlich süß, die kleinen Knuddelchen. Mein Vater informiert mich, dass ein Paket, wahrscheinlich mein Geschenk für Niklas, für mich angekommen ist und will wissen, ob meine Mutter den großen Karton für mich öffnen, die Rechnung rausnehmen und die Kiste samt Inhalt direkt hübsch verpacken soll. Ah, soll sie gerne. Aber so, dass es aussieht, als hätte ich das Paket so schön ich kann und mit so viel Liebe, wie ich zu geben habe, höchst selbst in Hochglanzpapier eingewickelt. Präsentemäßig stehe ich ziemlich unter Druck. Nachdem mein Bruder und ich uns in den ersten Lebensjahren gar nichts und später ausschließlich billige Quatschideen zum Weihnachtsfest gekauft hatten, hatte Niklas letztes Jahr plötzlich unabgesprochen etwas Ernsthaftes, Erwachsenes für mich gehabt. Etwas, für das er sich, wie er sagte, richtig Gedanken gemacht hatte. Der Arsch. Die reine Schadenfreude war ihm aus den Augen geblitzt, als er mir eine 150 Euro teure Flasche Whisky aus meinem Geburtsjahr überreicht hatte und mich mit meinem Regenschirm in Gewehrform aus dem Ausverkauf eines 99-Cent-Karneval-Ladens ziemlich dumm hatte dastehen lassen. Jetzt bin ich in der Bringschuld. Als Drittes informiert mich mein Display, dass mein Zug nach Schwarzendorf morgen wie geplant um 10.45 Uhr am Hauptbahnhof abfährt und dass meine Sitzplatzreservierung, Ruheabteil, Fenster, wie gebucht verfügbar ist. Nachricht 4 ist von Niklas. Hi, Bastian, alles gut? Freue mich, dass wir uns Heiligabend endlich mal wiedersehen, kleiner Bruder. Ey, sag mal, du würdest mir Bescheid geben, wenn du ein Problem damit hättest, dass FINA auch mitkommt. Oder? FINA auch mitkommt.